Seid gegrüßt und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie man vielleicht erkennen kann, wird es hier Videos von Computerspielen geben, die ich mit meinen dummen Gequatschen versehe und so Let's Plays draus machen werde. Wenn alles so läuft, wie ich mir das denke, gibt es dann täglich eine Folge Minecraft und eine Folge eines anderen Spiels zu sehen. Ich habe vor, das Ganze mit einem Minecraft Let's Show zu beginnen. Ich habe Minecraft nämlich schon eine ganze Weile, das heißt ungefähr ein Dreivierteljahr und habe da schon einige Dinge gebaut auf zwei Karten, die ich doch gerne mal der Öffentlichkeit zeigen möchte. Des Weiteren wird es, wie gesagt, ein anderes Spiel nebenbei geben, das ich von der ganzen Liste, die ich mir so gemacht habe, auswähle. Darauf sind einige alte Spiele, die ich früher mal gespielt habe und die ich jetzt gerne nochmal spielen möchte, weil ich denke, die haben immer noch einen gewissen Charme und es ist doch manchmal nicht schlecht zu erfahren, wie es denn im Vorgänger war, wenn man gerade am Nachfolger dran ist. Es sind natürlich auch neuere Spiele drauf und auch Spiele, die ich noch überhaupt nicht gespielt habe. Das heißt, manche Let's Plays werden hier auch mal völlig blind sein, so dass ich mal mich völlig unvorbereitet in das Spiel stürzen kann und einfach mal ihr live meine Reaktion darauf miterleben könnt. Ihr könnt natürlich auch hoffentlich meine Reaktion auf euren Kommentaren miterleben. Ich nehme mir gerne Spielevorschläge entgegen von Spielen, wo ihr denkt, die ihr möchtet ja gerne sehen oder wo ihr denkt, da könnte ich gut so quatschen oder wo ihr auch der Meinung seid, ja, da wird er bestimmt Scheiße bauen, das wollen wir auch sehen. Nehme ich alles gerne entgegen und werde sehen, was ich daraus machen kann. Ich nehme mir natürlich auch gerne Kritik an meiner Art und Weise, meine Sprechweise, meinen komischen Wortfetzen, die ich da so raushaue, nehme ich alles gerne entgegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle Kommentare beantworten kann, bestimmt nicht, weil ich habe doch einiges zu tun, aber ich hoffe, dass es so funktionieren wird, dass mein Zeitplan, das heißt täglich eine Folge Minecraft und eine Folge eines anderen Spiels, eingehalten wird. Ja, damit möchte ich euch jetzt mal weiter in den Kanal entlassen. Ihr könnt euch noch ein paar Bilder hier angucken, die ich hier zusammengebastelt habe und hoffe, dass wir doch viel Spaß und viele gemeinsame Stunden hier verbringen werden, obwohl ich bezweifeln kann, dass irgendjemand so viel Langeweile hat, sich dieses ganze blöde Gequatsche tagtäglich reinzusehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.